Hallo Edimler, ich bin Head of Solution Strategies and Solution Engineering bei Device Insight. Sie haben auf der Tagung einen sehr interessanten Vortrag eingehalten. Welchen Ansatz verfolgt Device Insight mit seinem IoT Framework Center Site? Was ist das Besondere daran? Vielen Dank Herr Aftab. Den Ansatz, den wir verfolgen mit unserem IoT Framework, ist, dass wir uns ganz explizit auf die Hyperscaler fokussieren. In der Bereitstellung der Lösungen, die wir für unsere Kunden entwickeln. Und dabei aber die Time-to-Market verkürzen, die ich hätte, wenn ich from scratch auf Basis der Hyperscaler entwickle, mit unserem Framework. Und das Framework aber gleichzeitig erlaubt mir volle Flexibilität. Das heißt, ich habe keinen Vendor-Login, sondern ich kann hier eigentlich customisen und behalte vor allen Dingen die Herrschaft über meine Daten, indem ich das Ganze auf den Hyperscalern aufbaue. Vielen Dank. Und wie unterstützen die Unternehmen bei der Umsetzung Smart und Breisbar IoT-Lösung? Das ist vielgestaltig. Wir fangen wirklich ganz am Anfang an mit der Geschäftsmodellberatung. Wir besprechen mit dem Kunden, welche Use Cases funktionieren können, wie eine IoT-Lösung aussieht, heute, in fünf Jahren und in zehn Jahren. Wir unterstützen den Kunden dann aber natürlich auch bei der Implementierung und letzten Endes aber auch bei der Bereitstellung und dem Betrieb der IoT-Lösung, sodass der Kunde, wenn er das möchte, alles auf eine Hand bekommt. Gleichzeitig helfen wir dem Kunden aber auch dabei, selbst Know-how aufzubauen. Das sind in der Regel strategische Lösungen für unsere Kunden. Das heißt, wir wollen auch unsere Kunden in Ebeln selbst entwickeln zu können und die Lösung auch in Zukunft selbst betreiben zu können. Und wir sind natürlich sehr gespannt auf Ihre Meinung, schon gerade heute die Frage. Wie fällt Ihre Entschließung für die nächste IoT-Plattform-Konferenz? Also ich kann die nächste Plattform-Konferenz auf jeden Fall empfehlen. Es hat sehr viel Spaß heute gemacht, auch endlich mal wieder physisch vor Ort in Präsenz. Ich fand es besonders spannend, dass man die Themen Cloud und Edge zusammengelegt hat. Man sieht ja auch im Markt, da gibt es eine gewisse Konvergenz. Auch die Hyperscaler bringen wieder mehr von ihren Cloud-Services runter auf die Edge und umgekehrt. Definitiv ein spannendes Thema. Das mit zu vereinen hat mir sehr gut gefallen. Gleich auch diese Frage, die sich, glaube ich, viele stellen, wie viele Plattformen benötige ich eigentlich? Bedeutet das ein Vendor-Login? Wie kann ich das auflösen? Hatte ich heute auch in der Mittagspause sehr viele spannende Gespräche und nehme die gerne mit zurück nach München, um das an unsere Produkte einfließen zu lassen. Ja, das freut uns sehr. Vielen Dank für den inhaltlichen Beitrag. Hoffentlich bis demnächst. Sehr gerne. Ich bedanke mich auch. Ich bedanke mich auch.